guten tag mal wieder zusammen viele von uns haben tag ein tag aus irgendwelche meetings wie zum beispiel zoom oder in zoom oder über webex oder über microsoft teams wie auch immer es gibt ganz ganz viele lösungen aber es gibt auch lösungen die sind einfach nicht super teuer bezahlbar von irgendwelchen super global players wie microsoft mit teams oder webex von cisco ich weiß gar nicht webex ist glaube ich noch von cisco soweit ich weiß oder suchen wir das weiß nicht spielt keine rolle aber es gibt natürlich auch freie alternativen und wir kennen es super zum beispiel so was zum beispiel wie je ziemlich ist wirklich eine relativ einfache sache zum auch selber hosten aber auch hier kann man einfach jetzt auf der direkten webseite kann man zum beispiel einfach ein meeting starten aber ganz häufig wenn man natürlich das ganze unter dem eigenen logo laufen haben und dann einfach auch selber haus und selber haus macht natürlich immer schwierigkeiten man muss sich um den dienst kümmern man muss den dienst bereitstellen man muss den dienst kennenlernen aber dafür und deswegen mache ich natürlich das ganz gerne in der hetzner cloud gibt es dafür eine fertige lösung als app und zwar direkt fertig und direkt fertig als app heißt wirklich fertig ihr müsst nur zwei drei dinge danach einstellen dass die sache für euch auf eurer domäne ganz normal erreichbar und auch zertifiziert mit einem schönen letzten zertifikat und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen das ist wirklich super super einfach ihr müsst also gar nicht den server selbst installieren denn es gibt ja hier diese schönen vor konfigurierten apps ganz einfach wir gehen jetzt einfach mal hier nach nürnberg und dann wähle ich hier das ist ein bisschen unscheinbar da muss jetzt noch mal so einen kleinen dreher dran drehen damit das hier ich weiß nicht ich habe das zehnmal übersehen und man kann es auch nachträglich nicht mehr hinzufügen deswegen hier mal der hinweis hier gibt es den knopf apps und hier drin verbirgt sich unter anderem jetzt sie mit ihr könnt jetzt mal zum beispiel auch einfach irgendwann die kommentare schreiben was ich mir davon noch mal angucken soll und vielleicht sogar auch bewerten soll denn wer weiß halt eben wie gut hätte das ganze umgesetzt hat ich weiß nur eins wenn ich auf jetzt sie mit klicke und details anzeigen gibt es das ganze sogar als dokumentation das heißt ihr bekommt sogar erklärt was verbirgt sich denn dahinter wie konfiguriere ich das ganze noch und auch zum beispiel einfach mal der content von diesem package also was wird da benutzt wie zum beispiel jetzt hier jetzt die engine x certbot und open gdk das ist klar ich brauche für jetzt sie läuft halt eben auf java ist eine java applikation jetzt sie ist gleichzeitig einen web browser basiertes tool das heißt ich brauchen engine x und der z wird ganz mal dafür gebraucht um den letzten zertifikat auszuholen das heißt also hier es ist wunderbar dokumentiert und hier steht auch das was wir jetzt gleich tun werden und das ist hier wirklich der letzte step block nicht einmal pssh ein und gibt das root passwort ein was wir jetzt gleich per e mail bekommen und dann fragte ich glaube ich nur noch nach dem domain namen und das war's und das machen wir jetzt einfach mal also wir werden jetzt hier einfach hier ziehen miet aus jetzt kommt schon der kleine hinweis das ist hier der empfohlen des hörbar der halt eben benutzt werden sollte laut hetzner um halt eben die performance zu tragen ganz normal von diesem jizimit ihr könnt natürlich jederzeit ein bisschen rumspielen wir wissen wir können in der hetzner cloud auch einfach mal von oben nach unten hin und her wechseln das heißt wir können einfach mal die server größe ändern das heißt wenn ihr jetzt wirklich nur meint ihr bräuchten kleineren server dann könnt ihr das gerne tun ihr könnt ja hoch scale mit dem server das ist ja kein problem ich lasse es jetzt einfach mal da stehen ich vorhin in meinen tests hat auch der cx 21 mit einer person gereicht ihr müsst immer daran denken macht ihr auf einmal ein meeting mit 678 leuten geht auch der traffic hoch geht natürlich auch das rendering hoch geht die cpu hoch und schon seite an irgendwelchen limits deswegen einfach mal selber kontrollieren einfach gucken was für euch das richtige ist ich lasse es jetzt hier einfach mal auf empfohlen steht so ich lasse das ganze natürlich mit v4 und v6 einfach laufen ich will hier einfach mal mein ssh key da muss ich hier meine root passwort nicht eingeben alles andere bleibt erstmal auf default sowie ganz normal der namen und ich drücke sie einfach unten rechts auf kostenpflichtig erstellen und jetzt passiert wirklich nichts anderes dass der service und der server ganz normal ausgerollt wird diese ganzen applikationen die wir gerade eben in der dokumentation gesehen haben sind natürlich in diesem image vorinstalliert das passiert jetzt gerade gar nicht sondern dieses image wird einfach nur gebootet und ubuntu drunter läuft die haben was ubuntu 2004 und ja die konfiguration ist bereits alles erledigt wir müssen uns da nicht mehr darum kümmern das einzige was wir tun müssen ist jetzt gleich diesen server zu konfigurieren hinsichtlich des namens weil das kann hetzner vorher natürlich nicht wissen unter welchem namen ihr diesen service halt eben erreichen wollt wo ihr seht server ist da da gehen ja nicht immer relativ schnell was müssen wir jetzt machen um halt eben das ganze unter einen namen zu erreichen ist klar wir müssen die ip-adresse halt eben irgendwie in irgendeinem dns dienst hinterlegen sonst können wir das ganze halt eben per namen im browser nicht erreichen und wenn wir das ganze auch signiert haben wollen dann brauchen wir natürlich einen namen ich könnte jetzt auch die ip einfach mal nehmen und jetzt achtet mal drauf da kommt sogar so eine schöne hetzner cloud anleitung von wegen julie installation ist almost dann lockte ich jetzt bitte erstmal pssh ein um das ganze halt eben zu komplementieren so das machen wir jetzt gleich als allererstes auch aber vorher gehe ich jetzt erstmal hin und trage hier bei meinem ipv 64 dns dienst einfach mal die domäne ein jetzt sie auf meine api cloud das ist also meine community domäne tragen wir jetzt einfach mal die ip-adresse ein also ach wir können jetzt einfach die hier nehmen jetzt die punkt ipv 64 die hatte ich eben extra eingerichtet und hier tragen wir jetzt ganz einfach meiner ip-adresse ein die ich hier bekommen habe nur mal die hier und da sagen wir jetzt hier einfach wert hinzufügen als a record und woens fertig und schwuppdiwupp ist jetzt die ip-adresse hinterlegt und wir können jetzt unter jitzi punkt ipv 64.de löst er jetzt diese ip-adresse auf das heißt das können wir jetzt auch einfach mal testen es dauert vielleicht meistens die paar sekunden bis er das ganze auflöst erst beim zweiten durchlauf da hat das jetzt und wir sind erreichbar gut da würde ich sagen wir gehen zur konfiguration domäne funktioniert schon und ihr seht hier oben noch steht hier nicht sicher das ist jetzt eins der wichtigsten steps denn ihr wollt ja auch wenn ihr mit ihren freunden oder kunden redet dass das ganze über die vernünftige signierte ssl zertifizierung stelle halt eben läuft und das nutzen wir jetzt einfach mit let's encrypt also kurz zurück ich kopiere mir die ip-adresse machen wir hier mein schönes putty fenster auf verbinde mich einfach ich habe hier ein zertifikat hinterlegt das heißt ich wähle mich jetzt einfach mit meinem root ein und jetzt fragt er mich auch schon blablabla blablabla jitzi one click configuration installation gibt mir doch bitte jetzt einfach mal deinen domain namen den du haben möchtest hier zur installation machen wir hier oben steht jetzt die punkt ipv 64.de wir rufen das ganze hier auf ich füge das ein er hat natürlich jetzt http hinzugefügt das ist natürlich jetzt grundsätzlich schlecht dass ich jetzt hier keinen entfernen taste drücken kann das ist natürlich ganz toll ich musste jetzt das ganze einmal ganz neu tippen jetzt die punkt ipv 64.de ist everything korrekt jetzt wollen wir auch und jetzt fängt er halt eben an natürlich im hintergrund in der in der konfiguration beziehungsweise in den konfigurations dateien jitzi besteht ja so aus drei komponenten mit video bridge audio bridge und der ganze web service das ganze halt zu hinterlegen und auch im engine x zu hinterlegen und dann jetzt gleich wenn er damit fertig ist da hat das jetzt schon gemacht extracting templates dann geht er jetzt gleich auch automatisch hin und signiert sofort automatisch mit letzten kript über den zert bot das webzertifikat damit wir im browser ganz normal arbeiten können ich entspanne mich jetzt einfach mal das dauert so 30 sekunden eine minute und dann ist fertig hier kommt jetzt die letzten kript abfrage möchte ich wirklich halt eben da diese domäne jetzt mit letzten kript zertifizieren und er fragt noch mal gibt es diese domäne jetzt wirklich ist die von außen erreichbar und so bestätige ich natürlich mit einem jahr jetzt sagen wir einfach mal info at api cloud.de ist ja erstmal in dem falle jetzt egal und ihr seht er hat jetzt gerade einfach ein zertifikat generiert und sagt jetzt gerade einfach go for it please baby zertifizieren wir einfach dieses diese domäne und damit sind wir dann jetzt fertig und das werden wir jetzt einfach kontrollieren wir gehen hier einfach wieder auf dieselbe webseite hier jetzt die punkt ipv 64.de ich mach mal hier eine steuerung f5 und ihr seht wups ihr seid jetzt sofort auf eurem eigenen von euch selbst gehosteten jetzt hier drauf und könnt ihr jetzt hier einfach ein meeting 1 habe ich schon mal gemacht ein meeting 1 starten wir sagen natürlich ton und bild soll halt zugelassen werden jetzt gleich hoffe ich wenn ihr auf meine kamera wahrscheinlich kann er jetzt gerade durch die aufnahme hier auf meine kamera nicht richtig zugreifen funktioniert hat eben dieses ganze meeting thema schon mal für euch dediziert als eigenständiger server und das war es damit ist die einrichtung wirklich komplett erledigt ihr könnt jetzt sie ganz normal nutzen ihr könntet diesen link jedem jetzt einfach weiter schicken ihr könnt natürlich die einzelnen meetings den leuten als links weiter schicken und jetzt kommt halt eben der zusatz wenn ihr natürlich das ganze jetzt noch so ein bisschen personalisieren wollt mit logo und so weiter und so weiter müsst ihr natürlich ab dem zeitpunkt jetzt ganz normal in die dokumentation halt gehen auf der jitzi website und dann könnt ihr natürlich per hand weiterhin über der konfiguration oder über die konfiguration auf eurem server dann logos hinzufügen den jitzi meeting namen halt eben abändern und so weiter das geht alles an in der jitzi konfiguration das kann ja alles hier vorne rein hetzner mit seinen apps halt ganz normal nicht wissen was wollt ihr eigentlich und wie soll das ganze ding halt heißen das war es auch schon mit der installation es gibt natürlich so ein zwei sachen die man jetzt nicht noch vielleicht wünschen könnte und wünschen würde wäre natürlich so ein bisschen ein bisschen oberfläche konfiguration nicht gerade gesagt habe das hetzner vielleicht abfragt nach einem namen oder nach einer image url oder vielleicht halt eben auch mit einem update script wäre ja auch jetzt nicht schlecht das heißt für leute die wirklich gar nicht so viel wissen oder vielleicht ist das auch richtig so dass leute die vielleicht gar nicht viel wissen das auch gar nicht erst machen können aber so eine art update script wenn halt eben erneuerungen kommen ist halt eben das problem ab sofort jetzt müsste ich vielleicht diesen ganzen service und vielleicht neu installieren je nachdem wie auch von hetzner halt eben der update zyklus ist aber auch da jetzt sie wird halt eben aus den paketquellen installiert und dann ist das ganze auch wieder aktuell das heißt ab upgrade ab upgrade sollte die sache ganz normal lösen dann sieht sie halt auf dem aktuellen stand für wichtiger noch installation geht super einfach für die leute die sich schon mal jetzt sie angetan haben selber zu konfigurieren ist ein bisschen aufwand ist aber auch mittlerweile ein bisschen einfacher geworden trocht trotzdem der weg hier ist jetzt ja super super einfach und wer es halt eben auch nur für ein meeting braucht oder für fünf meetings braucht in dieser woche oder sonst was das ist doch einfach eine lösung die super schnell erledigt ist schön freut mich dass ihr jetzt bei dem video da war wenn euch das video gefallen hat lasst man daumen hoch da und natürliche unten den abo knopf drücken freut mich wir sehen uns im nächsten video macht's gut ciao